Ja, wieder da. Und bauen wir die letzten hier noch klein. Ah, ein fein Longbow. Oh, wie geil. Oh, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. Nope. So, jetzt müssen wir erst mal kurz rasten. So, weiter geht's. Hier unten ist noch einer. Ah, do not footwear this guy as the attack. Okay. Ach du lieber was. Na, das wird hundertprozentig. Ja. Nichts bringen. Das lief ganz gut. Da können wir ja eigentlich auch mal einen Feuerball hinsetzen. Hm, haben ja genug. Na gut. Erwischen wir die halt nicht. Okay. 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 Hat aber offensichtlich funktioniert. Wo sind denn hier noch Slaves? Hier sind noch Slaves. Hier sind noch Slaves. Richtig. Richtig. A Joe candidate stands before an altar. His knife at the throat of a bound slave. Another Joe urged him to cut. That's a future fan up there, she says. Oh, das ist auf Dauer. Also, es ist ja mal ganz lustig. Aber irgendwann finde ich es einfach nicht mehr witzig. We'd better do something. Questions must wait. Trent is already striding toward the altar. US-Europe. Sie ist ja ganz lustig. Aber auf Dauer... Oh Gott. Steht da wieder bescheuert. Ne? Und hier unten komme ich nicht ran. Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott. War... War gar kein... Ich bin so doof. Ja. Entschuldigung. Ich dachte es war Old Monsters. Ja. Habe ich gut gemacht. Ja. Habe ich richtig gut gemacht. Habe ich sie tatsächlich alle getroffen. Toll. Jo. Jo. Na komm. Das verdiene ich jetzt aber auch nicht anders. Wow. Wow. Was für einen Scheiß. Oops. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hm, wieder nix. The slaves thanks to you and leaves. Oh, jetzt kann sogar Tranet aufsteigen, wie schön. So, dann würde ich jetzt nämlich mal sagen, die Slaves haben wir jetzt soweit alle befreit, die hier waren. Hm, ja, ich will doch nur zum Rasten. Oh, ja, 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 ich hab's diese Dinger. Hm, ja, 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 ja. Die sind echt Mist, diese Viecher. Hm. Ah, Mann, 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 Mann. So, jetzt mal euch hier, das wird mir hier sonst so unübersichtlich. Du auch. Und jetzt noch dich. Super. Nein, natürlich nicht. Okay. So. Ich hasse diese Viecher, ich hasse sie einfach. So. Ja, dann würde ich sagen, äh, werde ich hier mal die Session fürs Erste beenden. Äh, 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 ist ein bisschen kürzer das Video, aber naja, was soll's. Ähm, ich werde dann einfach, äh, offscreen nochmal, wie üblich, ganz rausgehen durch die drei oder vier vorherigen Dungeon-Levels. Das ist ja inzwischen ein richtiger Weg geworden, ähm, und aufsteigen, Sachen identifizieren und, äh, dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder zurück sein. Ja, da würde ich sagen, äh, äh, sehen wir uns dann. Tschüss. Tschüss. tramp BJK Mutter million Cyma